Er weisst, was wir machen. Wir bauen die Mauern ab. Wir gehen hoch und bauen die Mauern ab. Dann bricht er zusammen. Nein! Ja, also! Ich habe etwa 44 oder 43. Du bist ja wahnsinnig. Bei einem Tag habe ich vier Räbische gemacht. Ah, du bist cool, du hast es drauf. Nicht immer, aber meistens. Meistens. Okay. Okay. Die AKS. Kopfgegner gehört. Oh, bist du das? Ja. Hab ihn. Cool. Nach etwa, keine Ahnung. Nach zehn Sekunden, nachher kommt er erst gelandet. Nachher nimmt er die Pistole auf. Ich wusste es, weil ich habe auch eine Pistole gesehen, ganz unten. Und darum habe ich auch gewusst, dass er hier unten ist. Und er hat den Obst genannt. Okay. Und. Das täuscht manchmal. Nein. Ich hab dich doch gesehen irgendwo hier unten. Bis du das? Ja. Im Geschenk. Jemand hat mich gekillt, wo er sich gekämmt hat, ihm gestinkt. Und nachher hat er mich gekillt. Hm. Ich habe mit Eric gespielt, zusammen. So. Ich kann mich nicht entscheiden. Was? Die AK finde ich eigentlich auch mal schön. Aber auch wenn wir irgendwie... Dings ist besser. Die AK macht mir schaden. Aber... Wer schießt schneller. Das war auch mal auf. Ja. Können wir. Bisschen Matzfarben. Obwohl ich schon... der Kugeln. Der Kugeln. Der Kugeln. Der Kugeln. Ich habe noch eine Info. Im Schloss drin, ne? Ja, da. Ganz oben, nach unten. Okay. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Er ist mit Flugzeug. Da. 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 Mit Sniper, wenn nicht. Gut. Da. 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 Ich habe es gehört. Umkämpfen. Okay. Da schlachen sie sich in Schädel ein. Wie das aussieht. Ah. Da wackelt die Wand. Aber ich glaube, der war Sohn, oder? Ja. Die waren alle beide Sohn, oder? Ja, eben. Weil... Ich habe ja nur jemand gehört. Wir sind in der Sonne. Ich dachte, ich habe da doch ein Flugzeug runterkrachen hören. Ich höre, jemand tanzt. Wo? Im Schloss? Ne, bei uns. Hä? Ich dachte, das war es du. Hä? Unter uns. Ich habe auch gerade Musik gehört, aber ich dachte, ihr hast du ihn gemacht. Ja, das war auch ich. Witzbold, was? Ja. Ja. Also, Materialien habe ich eigentlich noch gut. Über... Ja, 500. Unser. Ne, ich nicht. Muss mal sammeln. Ist da jetzt noch doch Dopen und ist schon weggegangen. Das ist eine gute Frage. Ich darf uns ja mit dem Rücken schießen. Ja, eben. Was? Wir sind in der Sonne. Wir können ihn ja holen. Was sollten wir? Ich sehe ihn. Er ist immer noch dort oben. Ich habe auch Granaten. Ja, aber ich würde gerne mit einem Flugzeug dort hochgehen. So, er hat über die Mauer geguckt. Ja, eben. Soll ich ein Flugzeug holen? Er weisst, was wir machen. Wir bauen die Mauern ab. Wir gehen hoch und bauen die Mauern ab. Dann bricht er zusammen. Er schiesst auf dich. Ja. Ich hacke jetzt seine Mauern weg. Das sind zwei. Ich bin im Schloss. Ich hacke jetzt die Mauern ein. Gleich fallen sie runter. Obwohl, waren schon viele Mauern. Ja. Mach das. Probier sie zu treffen, ok? Mhm. Ich hab nicht ja Granaten auch mal gesehen. Ah, Dynamie. Oh, es kommt. Es kommt. Es kommt einer. Geh nach unten. Ich komme auch. Weil. Du weißt nie immer. Punkt tot. Gut. Ich will ja nach unten gehen. Ich komme runter. Erst machen die Hütter. Wo war ich noch? Hä? Ich spreng die Hütter nicht immer weg. Weg von da. So, jetzt noch die Wand. So, er fällt. Tschüss. Ich hab beide. Geil, da liegt's. Ich hab sie nur gesehen, so nach unten fallen. Hast du Dings? Was denn? Moment, ja. Ich guck schnell auf mein Handy. Ich hab Sachen bekommen. 3 Sekunden. Hast du die AKP genommen? Ja. Ah. Der Granat war doch noch 5 Patronen gehabt. Ja. Das bringt's auch nicht mehr. Ich hab noch Jumped. Ah doch, doch, guck mal, komm mal hier hoch. Wo bist du? Da. Glauben. Da. Da. Wo hast du hier gefunden? Kanaten. aber es haben sie das nicht gehört dass wir also gestört haben ja wahrscheinlich weiß nicht ich habe es hat sich sagen also einer mal runterkommen wollte aber wahrscheinlich haben sie sich dann anders überlegt ja sie haben sicher dass die namen gehen wir wieder ganz unten und campen wird doch doch das war jedenfalls sehr schön die aktion wir müssen das verstören was denn ganz oben ach so damit zu rüber fallen das geschenk wird der ich auch noch kaputt machen außer ob man das nicht die seite hätten wir lassen können hier drehen nao guck so wie jemand kommt ich so hier bin ich kann und freden so und so hast du noch ein ding sein und fahre mit ihr oder so ich habe nur mini draußen lag noch ein biggie den können wir uns ja noch holen ich habe ein zack zack aber für 58 ding soll dann musst du mitkommen ist ja nicht mal weit ist gleich hier in der scheune wo ich da um die kiste steht es würde doch Geld gehen die Hand ein bietet zu machen wo wo man in die Play machen kann weiter live stream man macht ein Video aber wir gucken dass sie in die Verholung an und dann machen wir den Video ach so ja das ist auch blöd weil diese Wiedergabe Funktion hat manchmal Bugs drin ja das stimmt auch ich hatte letztens andauernd wo ich hier an dieser Zip Line da ah stimmt das da waren andere und diese dieser Halter die war noch mit dran dann hatte ich zwei Halter ich bin echt komm mit was soll mir hoch was hast du jetzt ich bin auch geblieben kommt dahin zu mir jetzt bin ich einfach mal gefallen so willst du es machen die schießen uns zusammen hier oben in der Ecke ja wir können dann runter sehen wir es oben nicht durch noch vier ich will da raus und wie viele Gegner ey das sind ja nicht mal viele aber wir sind noch in der Zone vielleicht kommen sie auch zu uns ja wollen wir nicht kämpfen oder wollen wir doch kämpfen wir haben dort Fallen hingelegt warte doch mal ja vielleicht ist sie zu uns ja sie sind da hier ganz runter wir haben uns so heftig ja siehst du sie nee es wäre ja super krass wenn die Endzone jetzt hier oben ist am Schloss und die dann runter in das stimmt die bauten müssen hier hoch bauen hm guck wie sie dort laufen hm wie die Hasen wo geht's da hin soll ich mal schießen nö 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 lass ihn oh ich würde ihn gar nicht machen was auch nicht das ist nein jetzt shit jetzt haben wir die Arschkarte ja wacht wacht nicht runterspringen jetzt da jetzt da guck alter auf voll den Fallschaden gekriegt da nimm du den Chak Chak hier nimm du die Piggies äh die Minis danke danke ah da jumpet okay wir müssen ja in die Zone Gehen wir rein. Ja, treffe ich doch noch mehr. Bleiben. Sie müssen eh kommen. Oder nicht? Was läuft, dass wir dich nicht snipen? Wo war der Typ? Wie nicht? Jetzt hätte ich doch. Ich hab, danke. Danke. Nein. Ja, und so. Es ist immer die Scheiß...